Was ist denn hier los? Was haben sie dir da draußen gesagt? Ihr Onkel wurde am Bahnhof aufgegriffen. Junge, ich muss wissen, ob ich dir vertrauen kann. Bitte sag mir, dass ich dir vertrauen kann. Wie er halb bekleidet mit seiner Reisetasche auf einen Parkautomaten einschlug. Nimm das! Und dabei über das jüngste Gericht predigte. Wenn sie das bei mir finden, dann sperren sie mich hier mein Leben lang ein. Deswegen lautet die vorläufige Diagnose auf Das ist das Zeichen der RCR. Das International Logic Constructor of Resistance. Eine vorübergehende Psychose Das ist das Original. mit teilweise paranoider Ausprägung. Das ist das Original in die falschen Rinnige. Dann müssen wir uns wissen. Eine vorübergehende Psychose mit teilweise paranoider Ausprägung. Ich bin nicht verrückt. Jetzt reiß dich doch mal zusammen! Wir müssen ihn in die Klinik bringen. Das ist Krieg, Mann. Du weißt, dass ich das schaffen kann. Das ist ja richtig zu genießen. Oh mein Gott! Das ist ja richtig zu genießen. Darf nicht in falsche Hände geraten.